Was habt ihr vorbereitet? So, ist die tiptop. Liebe Paulina, schön, dass du hier bei uns in der Schweiz bist. Danke für die Einladung. Danke schön. Ich habe dir heute ein paar Fragen, die du gerne stellen möchtest. Du kannst ganz spontan antworten und ich würde direkt loslegen. Okay, dann machen wir das. Welchen Moment deines Lebens möchtest du am liebsten einrahmen, weil er so schön war? Also das weiß ich ganz genau. Also ich habe meine drei Töchter und als meine drei Töchter zur Welt kamen, würde ich sagen, das waren einfach die schönsten Momente meines Lebens. Ich glaube, das kann jede Mama sagen. Schön, sehr schön. Danke. Ich habe mir sehr klein gehalten. Aber sonst hätte ich, glaube ich, nichts anderes gemacht. Ich bin mit meiner Situation zufrieden. Sehr schön. Und auch mit der Entwicklung. Ach schön. Dann, was bringt dich zum Lachen? Also mich bringen zum Lachen ganz einfache Sachen, weil ich ein Mensch bin, der sehr gerne lacht und tanzt. Ich freue mich einfach über die einfache Sachen des Lebens. Also, ja, ich bringe auch, glaube ich, viele Menschen zum Lachen. Schön. Also ganz einfache Sachen. Ja, sehr schön. Ja, wenn man dich anschaut, muss man schon lächeln. Ja. Das ist eine schöne Ausstrahlung. In der Schule habe ich schon so genannt. Ah ja? Die Pauline, die Lachende. Pauline, die Lachende, wenn ich das so übersetze. Wie heißt das? Wie ist das auf tschechisch? Auf tschechisch? Palka rechthalka. Das kann wahrscheinlich keiner verstehen. Was wolltest du schon immer mal gefragt werden? Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also, da habe ich überhaupt nie nachgedacht. Das ist wirklich schwierig. Du wurdest wahrscheinlich schon sehr viel gefragt, oder? Also, das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Macht gar nichts. Dann die letzte Frage. Magst du es, wenn man dir Fragen stellt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich habe das jetzt sehr, sehr gerne gemacht. Ja. Und gibt es einen Grund, warum eher nicht, warum du lieber nicht Fragen beantwortest? Vielleicht hat das eher so mit meiner Vergangenheit, mit meiner Kindheit und mit der ganzen, ja, mit meiner Lebenszeit in der Tscheche. Vielleicht hat das was zu tun. Aber sonst, ich bin ja, glaube ich, ein offener Mensch. Aber ja, kann vielleicht deswegen sein, ja. Du hast mir jetzt Fragen gestellt, wo man wirklich nachdenken muss. Ja. Das stimmt. Und sich ein bisschen überlegen. Ja, genau. Aber schön, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. So kurz vor dem Seminar. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Danke für deine Fragen. Dankeschön. Danke.